Servus liebe Kleeblatt-Fans, heute mal nicht so ganz sportlich in unserem Kleeblatt-Tag. Heute schauen wir uns mal die Baustelle an am Nachwuchsleistungszentrum und wir können ja mal einen Blick über die Schulter werfen. Ihr seht nämlich, da wird fleißig gewerket und gearbeitet und vielleicht kennt ihr die Module schon, wie bei dem Gebäude der Lizenzmannschaft oder auch bei der bisherigen Verwaltung am Stadion oder unser Stechert Business- und Tagungszentrum haben wir wieder auf die Modulbauweise von Cardoldo vertraut und haben eben jetzt hier rund ums Nachwuchsleistungszentrum neue Gebäude angefangen. Es entsteht ein neuer Kabinentrakt, Ärzte, Physioräumlichkeiten, aber auch die Verwaltung der Spielvereinigung Kreuter Fürth wird Mitte September dann ungefähr umziehen hierher, beziehungsweise das Gebäude wird erstmal kommen und dann Ende des Monats umziehen, sodass dann rund um das Kleeblatt das ganze Leben hier stattfindet auf zwei Standorten. Einmal bei den Profis, die immer noch ein paar hundert Meter weg sind, aber deutlich näher als vorher und natürlich hier rund um das Nachwuchsleistungszentrum, um das Internat und um die Trainingsplätze. Wir haben natürlich ein paar Eindrücke von euch auch aus den Gebäuden, sofern denn schon ein bisschen was zu sehen ist. Das erste Gebäude wird bis morgen Abend fertig aufgestellt sein und dann wird der Innenausbau vorangetrieben, aber ihr wisst ja, die Modulbauweise macht das Ganze relativ schnell möglich. Also das sind so die ersten Eindrücke. Wir werden euch natürlich auch in den kommenden Wochen immer wieder auf dem Laufenden halten, was hier rund um die Spielvereinigung passiert und was hier gebaut wird und sagen jetzt soweit erstmal einen schönen Tag noch und bis bald.